Jonathan genannt Jonny Burkhardt, anstelle von Alexandru Maxim, spielt 18 Jahre jung. Ich habe heute verlängert. Ich glaube, dass ich hier noch nicht fertig bin. Dass es für meine persönliche Entwicklung am besten ist, noch in Mainz zu bleiben. Ich fühle mich hier total wohl. Mainz ist meine Heimat geworden und das Umfeld, alles passt hier einfach. Ich habe vor, die Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben. Das heißt, eine konstantere, gesicherte Saison zu spielen. Aber vielleicht auch so ein bisschen den Flow mitzunehmen aus der letzten Saison, die Fans zu begeistern. Für mich persönlich, ich möchte noch öfter auf dem Platz stehen, noch ein größerer Teil der Startelf werden und mehr Tore schießen natürlich. Ich freue mich am meisten darauf, dass hoffentlich wieder Zuschauer ins Stadion kommen können. Ich habe viele meiner Spiele leider ohne Zuschauer machen müssen und deswegen freue ich mich total darauf, wieder vor Fans spielen zu können. Bis zum nächsten Mal.